Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Januar 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Altstadt. Das Objekt verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 55 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 870 Euro pro Monat. Wir freuen uns in Nähe zu informieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017